Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, jetzt kann es wieder losgehen. Die Jungmannschaft will auf die Piste. Und was das für ein Familienbudget bedeutet, das haben alle schon gespürt, die zu Hause so kleine Weltmeister haben. GOP kommt jetzt mit der modischen Techstar-Skibekleidung für Kinder. Zu Preisen, die für die Schweizer Spitzenqualität einmalig sind. Das herzige Schneedress aus 100% Nilswiss Taslan. Es ist zweiteilig. Halte. Und Kapuze. Praktisch wollen wir sie auch noch zeigen. Jetzt. Topmodisch im Dauna-Look ist diese Ski-Jacke aus 100% Nylonblüm. Sie sehen es hier, es hat eine elastische Strickborde. Und dazu passen besonders gut die schnellen Rennhosen. Mit den wattierten Knieschoner. Und da macht es gar nichts, wenn du mal umflügst damit, gell? Oder der originelle, zweiteilige Skidress aus 100% Nylon Taslan. Und praktisch auch noch diese Hosen tragen dazu. Erhältlich in verschiedenen Farben. Und auch gestrickte Kappen, Scherpen und hier Skibrillen und blaue Skihandschen aus Vinyl. Ebenfalls erhältlich in verschiedenen Modellen. Alle die Textar-Skibekleidungen, die finden Sie jetzt in allen Coop-Centern und Coop-Warenhäusern. Überall dort, wo die Plakate hängen. Ja, und ich möchte es gerade nochmal sagen. Zu Preisen, die für die Schweizer Spitzenqualität also einmalig sind. Die kleinen Weltmeister fahren natürlich mit den Skimarken der Grossen. Und Coop hat jetzt ein Jugendskiprogramm mit den bekanntesten Qualitätsmarken wie Fischer, Kneisel und Rossignol. Besonders günstig bei Coop sind jetzt die Skisets mit den bewährten Bindungen. Prüft von der Beratungsstelle für Unfallverhütung. Sie können also bei Coop haben, den Kneisel-Racer mit der montierten Bindungen von Tirolia. Oder dann den neuen Fischer-Commander mit der montierten Salomon-Bindungen. In den ganz grossen Coop-Centern und Coop-Warenhäusern finden Sie jetzt alles, was Ihre jüngsten so für den Wintersport brauchen. Und eben, zu gewohnt günstigen Preisen. Ich habe da jetzt noch eine Mitteilung. Und zwar für alle Einwohner von Bern und Umgebung. Morgen am 8 Uhr geht an der bunten Ladestrasse, an der Zeughausgasse 27 in Bern, den neuen Coop-Hobyshop auf. Und dort, dort finden Sie bestimmt alles zum Basteln und Werken. So, das wäre es gewesen für heute. Auf Wiedersehen. Am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 200g Mokka-Fest statt 7,56, 100g sofortlösliche Kaffee Elit statt 3,70,013. Eine Flasche Coca-Cola statt 1,10 nur 80 Kappen. Zwei Dosen Midi-Ravioli kosten bei Coop statt 4,60 nur 3,90. 170g Bombschips Zweifel Natur statt 2,80 nur 1,95. Und die vier verschiedenen Creme- und Schaumbetten sind jetzt bei Coop 20% günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag vier Kilogramm Persil statt 12,90 nur 10 Franken. Und vier Liter Tedidus statt 4,80 nur 4 Franken. Als aktueller Preisschlager gibt es die Herrenslip und Herrenliibli, je zwei Stück für 9,50 oder 11 Franken, je nach Grösse. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.